... an den Läufzeichen und Hinweisschildern. A safety is our first priority. Please follow the instructions given by the crew and pay attention to the eliminated sites. Zum Start mit müssen sichern zu stellen, dass Ihr Handgepäck und Ihre elektronischen Geräte sicher verstaut sind. Seit wir das Flugzeug evakuieren müssen, sind Sie gesetzlich dazu verpflichtet, Ihr Handgepäck an Bord zu lassen. Bitte schneiden Sie sich jetzt an und ziehen Sie Ihren Sicherheitsgott fest. Stellen Sie die Rücken in Ihres Sitzes senkreis und die Arme wendet nach unten. Achten Sie darauf, dass die Tische, Monitore, Fußstützen verstaut und die Samtblenden gereffnet sind. Alle unsere Flüge sind nicht rauchhaft Flügel, daher ist das Rauchen zu keiner Zeit gestattet, dies gilt auch für elektronische Zigaretten. Gemäß unseren Sicherheitsvorstreifen dürfen während des Flusses nur an Bord gekaufte alkoholische Getränke konsumiert werden. Falls Sie fragen und zögern, Sie bitte nicht, um sie jederzeit anzusprechen. Gemeinsam mit meinen Kolleginnen und Kollegen wünschen Sie einen angenehm aufzuhalten bei uns an Bord. Und dann können Sie auch mit meinen Kursen aufzuhalten. Für take-off, please ensure your Handgepäck und Elektronik devices are stowed probably. In case of an emergency evacuation, you're illegally obliged to leave all your Handgepäck on Bord. Please fasten your seatbelt now and tighten it. Bring your seat in an upright position and fold your armrest stone. Make sure that your tables, in seat, meet your screens and legrests are folded away. and that the window lights are open. All our flights are non-smoking flights and smoking is not permitted at any time. The use of electronic cigarettes is also not allowed. According to our safety regulations, only alcoholic drinks purchased on Bord may be consumed during the flight. If you have any further questions, please don't hesitate to contact us. Together with my colleagues, I wish you a pleasure to stay on Bord. Thank you for your attention. Thank you for your attention. Thank you for your attention. Ja, die cakevleugels. Das ist ein Fliegfeld. Oh, das ist ein Fliegfeld. Ja, das stimmt. Das ist ein schönes Fliegfeld. ก็ bleibt. Untertitelung des ZDF, 2020 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 untertitelung des ZDF, 2020